so was sind die objektiv dann schnapp ich mir den scanner ich bin drin macht ja mach ich doch aber ich habe keinen sprinten mehr oder ist eine spritze jetzt schon wo ist sie dir ich tue jetzt einfach mal dieses teil hier aufbrauchen ich wurde erschossen woher wissen die das alle schon ich glaube nicht dass sie das wissen wir hatten das überlebt ich habe keine Ahnung wie der das überlebt hat aber ok alter ich dachte ihr tut mal irgendwie sowas wie ach so da ist der da ist der da ist der flur für die spritze naja du bist auch gestorben genau wahrer klaustier ich müsste funny mandarin kaputt gemacht haben ich weiß es nicht wo ist meine spritze hin ist der schon tot ne der lebt noch ich weiß aber nicht warum einer scheint noch zu leben so jetzt will ich auch mal sehen wie der schlüssel kriegt eigentlich habe ich den mit auf opa auf 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 das geht nicht mehr bara wir müssen den beide erschießen ja mach ich ach ich kann nicht erschießen warum hast du keinen muni mehr Doch, aber stimmt, das war Hier hinten ist noch ein Huni Ich hab noch, der lebt gleich wieder Das bringt nichts Was ist mit dem? Bloß! Bara, du musst das annehmen, ich muss nachladen Ja, aber die Typen sind ja noch nicht Den anderen Typen hier kann ich nicht töten Der liegt da schon die ganze Zeit Was, ist der immer noch tot? Noch nicht tot? Weiß es nicht, doch jetzt ist er tot Aber was ist denn hier hinten? Den Leichen Ich dachte, der wär noch am Leben Wir müssten alle getötet haben Ich hab echt zwei Leute getötet, geil Ja, ich hab auch zwei getötet, aber der dritte Was ist mit dem? Hat der überlebt? Was? Ne, wenn wir beide zwei getötet haben Sind die vier alle tot Ja, aber guck mal bei dem in die Leiste Ja, das mein ich ja Den hab ich getötet, aber der stand da immer noch Der lag da immer noch rum Das war ja diese komische Sache da Ich dachte so, hä? Buggy Ja, wie immer Ja, wie immer Und ich dachte schon, der, der Das war den, den ich mit der Spritze, weißt du? Äh, ja gut Hm, komisch Also ich weiß bloß den ersten, den ich getötet hab Der ist umgefallen Da ist er wieder aufgestanden Da hab ich ihn noch mal Mich transformiert Hab ihn noch mal getötet Und dann war er endlich tot Da sind die wieder die gleichen von gerade eben Ja, ich glaub die mögen uns jetzt nicht mehr Ja, wobei das jedes Mal ja anders ist Also dementsprechend ich Ich mag's halt auch nicht, wenn die immer direkt von Anfang an Alle möglichen Leute umballern Weil, ja Vielleicht so wie Alex mal gesagt hat Oder wer es auch immer war Ähm, dass man einfach ein bisschen, ähm Die Tür schnauf So, anschein Bekte ist ja noch nicht da anschein Alter Geh's immer bitte raus Was macht jetzt das Antidote? Let's see what you can do with it Was ist? Ich bin nicht... Weißt du was das, weißt du was das Antidote macht? Nein Au Ist jetzt noch gar nichts gemacht hier Nichts eingenommen Na, hier dieser Ochos-Typ, der hat den Schlüssel und der macht nicht auf Oh, was soll denn das? Alter, will der mich verarschen? Oh, der Ochos ist das! Ja, der andere auch Ochos ist infected Ich bin nicht so gut Ich bin nicht so gut Das ist sie Wir wissen, was das ist Ich bin nicht so schön Ich bin nicht so schön Ach, es ist infektet. Wir hatten jetzt noch Schüttel. Ja, ich will diese scheiß Tür jetzt endlich. Ja, das wollte ich auch, aber du hast mich angeschossen. Ja. Ich kann also fünf meine Kopfschießen. Das interessiert ihn nicht. Okay. Okay. Ich blute aus. Wow, die Kameras sind im Haus. Wahnsinn. Das ist ja cool, wie es dir folgt, da brauche ich gar nicht mal die Kamera wechseln. Wie viele leben noch? Ja. Ich glaub die. Das war mir so klar. Ja. Ich alleine mit zwei Monstern. Ne, da ist noch ein dritter Amtschall. Achas und spit it out are infekted, I think. Ich verstehe vor allem nicht, warum die dich töten, aber der andere dann nicht die anderen dann sozusagen tötete. Das... Und ich hab bestimmt so richtig gelegen mit meinem Glück. Ich weiß nicht, wie das... Ochos war auf jeden Fall beinfektet. Oh, wir haben gewonnen. Aber hier, Mr. Ochos war spitted out, war nicht infekted, okay. Aber die hat auch noch überlebt. Irgendjemand hat doch... Ach hier, guck mal. Mr. 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 Ochos war... ...tod. Am Ende. Oh. Auch wieder haut. Verdammig. Oh. Ist da schon ne Spritze im ersten Dingens, oder was ist das? Ja, aber das ist, äh, das Gegenmittel. Ich weiß nicht für was genau. Hola Migos. Hola Migos. Hola Migos, mhm. Hallo. Hallo. Boah! What the hell? Ja, der wollte mir was... abklauen, Mr. Ochos. ...abklauen, Mr. Ochos. Jetzt... No, spit out hat hier... Jetzt hat der... What? Hm? Ich hab das Objective fast fertig, und dann glaub er mir das, oder was? Ja. Ich hab gedacht, die müssen dann von vorne anfangen. Nee, müssen die nicht. At least someone's trying to escape. Von hinten wird fotografiert. Alter, wenn... wenn ich dich... Das ist B-Arschloch, bis Körsch der Katz. Holy shit! Geht zum Ausgang. Geh mal zum Ausgang hoch. Hoch oder runter? Ich hab... hab ich dich aus Versehen jetzt getötet, oder was? Ja. Aber es tut mir leid. Ich wollte den T-Bang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh... mir rennt... ich glaub der Spit it out ist auf jeden Fall infekt. Alter! Ah, Kali! Du bist infektet! Aha! Was? Was? Ich hab das grad gesehen! Ich hab dich beobachtet! Was? Wieso hast du mich... was? Ja! Du wolltest mich grad töten! Ja, nicht wahr! Nein! Ich hab Angst! Ja, ja! Das war's bitte laut! Ich bin immer innocent, okay? Mhm. Ich hab Angst! Was? Ist jemand tot? Nee, noch nicht! Alter! Kali! Was? Ich wollte doch gar nichts machen! Oh! What the... What the fuck? Was ist grad passiert? Du wurdest getötet mit der Spritze! Deswegen geht mal... Ach, ich seh nicht mal was! Jetzt seh ich endlich mal was! Yay! 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 Bara Mori! Gut! Bara Mori! Ich seh hier überhaupt nichts mehr! Das ist total schwarz! Mach mal Licht an, ey! Genau, Bara! Ich seh dich, Bara! Ja! 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 Die hat auch nichts gelös! Da ist aber nicht... Da muss man... Und disteagt, neuesten Schließel haben! Ich habe grad im Nähe einen Schlüssel gehört! Musst du! Wenn der sich nicht beeilt hat, hat er verloren! Nö, hat er nicht! Ja! Er ist dann wenigstens nicht tot! beim anderen dingens wartet nämlich der andere die tür ist offen ja eine tür ist offen es gibt glaube ich immer zwei weil da wie wir wie wir gewonnen haben ja ich muss den fenstern hier raus gucken was schick sieht das hier aus richtig schick ich bin der meinung dass sie das auch noch anpassen müssen mit denen mit den objekte ist dass du von anfang an dann wieder von vorne machen was machen sie das nächste mal weil das ist so kacke wenn du da die ganze zeit schon stehst dann kommt jemand vorbei kurz knapp und dann das ist soll das da muss man die erste nacht überleben damit man die tür aufmachen kann oder was welche erste nacht die erste blackout phase ich kann die tür nicht auf geht ihr weg das ist meine spritze ich bringe ich alle um nein funktioniert nicht gut die sie funktioniert nicht gut genau im moment und du hast den schlüssel ja ein schlüssel super es kommen nicht mehr weiter geil habe ich die schlüssel jetzt wo ist der schlüssel der schlüssel ist weg ernsthaft taken ja aber wo ist der innen kommen nicht weiter wir kommen nicht weiter weil weil aktiviert dem schlüssel weg ist ernsthaft nene akio hat den schlüssel akio ist schon komisch wenn ich den mit in meinen pc gerissen hätte ja aber akio hat den schlüssel ja hoffentlich benutzt er den aus sonst werde ich den nämlich gleich töten benutzen schlüssel warum benutzt er die nicht benutzt dann ist der einer von der anderen seite dann können wir den zum abschluss freigeben dieser guckte jetzt zu wichtig wie ich diese kamera ein junge was machst du so rachebarer rache ja ich wollte dir nicht dich nicht treffen ich wollte den einen typen treffen weil der immer noch. Und der andere ist wahrscheinlich auch infected, sonst würde ich nämlich auch mal langsam was machen. Machst du jetzt mal was? Ach, die zwei sind infected. Ja. Hallo? Ja, mit dem Schlüssel ist er infected. Ups. Hallo? Ja, mit dem Schlüssel ist er infected. So was aber auch. Ja, die wollen uns alle nicht hochlassen hier. So ist er ein Schlüssel? Ja, ich habe mir jetzt aufgemacht. Yay! Ich benutze mir mal die komische Spritze, muss man hinter einem stehen oder was muss man da machen? Ja. Okay. Repeat but okay. Okay, sind wir... Können wir sprinten. Bin out of breath. Oh, sorry. Noch irgendwas anderes? Da hat jemand schon wieder einen Schlüssel genommen. Gut. Achso, das bist du, okay. Das bin ich. Ja, ich habe die Spritze, wo ich... Irgendjemand hat sich befallen und wandelt. Irgendjemand hat sich bewandelt. Und... Und zu. Ah! Verdammt. Verdammt. Carly! Du auch?! Ja, natürlich. Aha! Aber den einen habe ich getötet. Glaub ich. Wen habe ich denn getötet?! Mich weiß es nicht. Irgendjemand habe ich aber getötet. Weil ich die bescheuerte Spritze benutze. Ja, den... Den anderen... Den Journey. Ja. Achso, den anderen Infizierten. Hm. Aha. Erstmal mit mir hier so, ja, der ist infected und so, ja, der Journey und so, ja, ja, okay. Schön hinter mir am Her so, ja, ich bin voll dein Best Friend und dann... Carly hat's raus langsam. Ich glaub's ja wohl nicht.